Habe ich meinen Bart wirklich echt gern geharrt? Kevin, mein Bart ist weg! R-E-W-R-M-S-I-D-E-R Hallo, was geht? Herzlich willkommen, ich bin's Ravinside und ich habe keinen Bart mehr! Seht's euch an, ihr ist weg! Ich hab ihn weggemacht! Ganz ehrlich, man, ich sehe einfach aus wie ein Zwölfjähriger. Ich muss ganz ehrlich sagen, man, ich sehe einfach jetzt wieder aus wie ein Zwölfjähriger, Freunde. Aber, ich habe mir überlegt, Version 2.0 wird kommen, egal was alle Hater sagen. Fick auf die Hater, Hans ist da, Rewi lässt sich im Bart wachsen, Arme nah. Wenn ihr wissen wollt, wie ich den abrasiert habe und wie ich beim Kacken aussehe, folgt mir auf Snapchat, Rewi, da ist alles zu sehen. Ich bin heute am lieben Gamers Time hier in Master Builders wieder am Start. Hallo Kevin, guten Tag! Hehehehehehe Kevin, kennst du das Gefühl? Man hat sich so frisch rasiert und man fühlt sich einfach nicht richtig dabei, weißt du? Ich fühle mich einfach so, ich weiß nicht, es klingelt bei mir. Ich fühle mich einfach dabei irgendwie nicht gut, keine Ahnung. Es fühlt sich so leer an mein Gesicht. Und ich hatte nicht mal einen richtigen Bart, man. Ich hatte so, was hatte ich alle? Ich hatte so ein, ich hatte Scheiße im Gesicht, mehr nicht, Digga. Ich hatte nicht mal einen richtigen Bart. Das muss man einfach mal sagen. Es war ja nicht mal ein richtiger Bart, so. Das ist ja das Problem. Aber irgendwie fehlt er mir, Kevin. Kannst du das nachvollziehen? Hattest du schon mal einen Bart? Äh, ja, ich habe sogar aktuell auch einen. Ja, so einen richtigen, so einen Hitler-Bart, so einen süßen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist doch schön, Kevin. So einen kleinen, so einen kleinen Schnäuzer. So einen kleinen Adi im Mund, kann man ja mal machen, ne? Freunde, ihr seht es im Titel, wir haben einiges zu besprechen, abseits von meinem Bart, der abgelebt ist. Wir haben etwas zu verkünden, was, ähm, ich denke mal, jetzt wieder komplett YouTube-Deutschland zerstören wird. Ähm, in dem Falle nicht. Aber heute Abend um 18 Uhr kommt so ein Video, was komplett YouTube-Deutschland wahrscheinlich es auf jeden Fall erstmal ein wenig erschüttern wird, beziehungsweise ein wenig, äh, nerven wird. Ähm, dazu aber später mehr. Heute Abend 18 Uhr bei Alpecrime, bei mir auf dem Kanal. Auf jeden Fall mal reinschauen, so, ich weiß gar nicht, was für ein Toy baust du gerade, Kevin? Baust du ein Dildo oder sowas? Ähm, ach nein, Kevin, bitte. Ich baue einfach ein Teddybär, ich baue jetzt einfach ein Teddybär. Ja, Kevin, ich möchte euch nämlich gemeinsam jetzt quasi ganz roh ohne Schnitt meine Folge Master will es jetzt hier erzählen, was wir da geplant haben im neuen Projekt. Ich weiß ja ganz genau, Freunde, Nero, das hat ja nicht ganz so gut funktioniert. Bei Kevin läuft es inzwischen halt wieder gut, du streamst es ja auch zwischendurch wieder, ne? Ja, ähm, bei mir kommt es gut an. Bei mir hat das ja leider nicht so gefruchtet, das war einfach das Projekt an sich, was mir irgendwie, ähm, leider nicht so ganz zugesagt den Zuschauern auch dementsprechend nicht. Aber, Freunde, wir haben halt jetzt, wie gesagt, was angekündigt, ich hab das ja schon in dem Video gemacht. Ich hab ja gesagt, dass wir uns da was überlegt haben, wo wir hundertprozentig endlich mal hinterstehen und wo wir vor allem sagen, ähm, das ist eine Sache, ey, da haben wir eben mega Bock drauf, da können wir uns komplett kreativ ausleben. Und, ähm, da werden wir jetzt heute ein bisschen mit euch drüber philosophieren bzw. reden. Einen genauen Namen für das Projekt haben wir noch nicht, aber lieber Kevin, was können wir den Leuten schon mal erzählen? Wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir, wie gesagt, wie bei Nero, aber komplett anders da mit einer riesigen Liste an Mods rangehen, ähm, die aber deutlich übersichtlicher ist und einfacher zu verstehen und vor allen Dingen auch nicht großartig erklärt werden muss. Denn das sind Mods, die, ähm, gar nicht so sehr einen großen, ähm, Einfluss auf das haben, was wir tun, sondern vielmehr nur beiweg sind. Kevin, wie kann man sich das genau vorstellen? Erklär mal. Also, es wird halt viel, es wird viele verschiedene Waffen und sowas geben und, äh, und Aufgaben, die wir erledigen müssen. Sag Sex, Sex kommt immer gut an. Ja, Sex gibt's auch auf jeden Fall. Lass einen Daumen hoch da, wenn ihr Sex mögt. Ja, alles klar. Und, ja, wird auf jeden Fall eine coole Sache, vor allen Dingen, da wir jetzt, ähm, ja, zu zweit sind, können wir so ein bisschen auch das so nach unseren Vorstellungen alles immer organisieren. Ich glaube, was, ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, Freunde, ich hab eben den ersten Einblick auf die Map gesehen und alter Schwede, ohne Witz. Ich hab meine Facecam angemacht und hab gesagt, mein Bart ist weg. Kevin, es holt mich immer wieder ein, es holt mich immer ein. Übrigens, weil die Facecam ist gerade von der Kack-Qualität, weil die Spiegelreflex gar nicht. War das dein erster Bart im Leben? Das war mein erster Bart, mein erster richtiger Bart. Ja, okay, an dem hängt man immer. Ne, man hängt immer an dem, das ist wie das erste Charme, das verliebt bei mir. Das ist wie mit der Freundin. Genau, alles klar, kann man super vergleichen. Ne, Spaß beiseite, abseits von meinem Bart, Freunde, ähm, was ich eben gesehen hab auf dieser Map, hat mich übertrieben umgehauen. Und ihr wisst selber, ich meine, ich bin der Baumaß da schlechthin, man sieht das gerade, ich baue grad einen Terminator-Teddybär des Todes hier, ja, der sieht aus wie ein Haufen Scheiße. Aber, Freunde, das, was ich da eben gesehen hab, ist einfach der absolute Knaller. Wir haben eine riesige, eine wirklich riesige Map, die wir gemeinsam erforschen und bebauen werden auch. Das heißt, es wird ein, ähm, ja, ein Zusammenspiel aus, aus bisherigen Dingen, die, glaube ich, so auf YouTube zumindest schon mal passiert sind. Aber halt in dieser Konstellation des Projektes, so wie wir es planen, einfach sprich, vielleicht auch nicht da gewesen sind. Kevin, äh, ich glaube, du meinst, was ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir haben uns da echt ordentlich Gedanken gemacht und haben uns da halt hintergesetzt und haben gesagt, ey, wir wollen jetzt einfach mal was machen, wo wir komplett frei sind, wo wir einfach vor allen Dingen auch mal wirklich richtig cool auf Feedback reagieren können. Und genau das ist dieses Projekt irgendwie. Ähm, wir haben auf jeden Fall, ich glaube, es gibt dieses Genre noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie soll man das betiteln, Kevin? Wie soll man das nennen? So, wie soll man das nennen, wenn man, ähm, ja, ich weiß, keine Ahnung, Kevin, wie heißt das, was wir da machen? Das ist so, es gibt dafür auch noch keinen richtigen Vergleich. Also, es gibt Projekte, die waren sicherlich schon ähnlich, aber, ähm, halt noch nichts, wo ich sage, so, ja, das kommt da irgendwie ran. Also, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, noch eine andere Sache ist auf jeden Fall, wir reden, wir reden gerade wieder ein Rätsel, weil wir nicht so viel spoilern wollen, eine andere Sache ist auf jeden Fall, dass noch ganz, ganz viele andere YouTuber außerhalb der Minecraft-Szene in einem Minecraft-Projekt teilhaben werden. Das heißt, wir werden Leuten, die quasi gar kein Minecraft spielen, vielleicht schaffen wir es sogar, dass UpRed da irgendwie mitmacht, wenn das jemand will. Ähm, bitte jetzt in den Kommentaren, jetzt bitte keine Diskussion über UpRed, das will ich jetzt einfach mal nicht anregen. Ähm, alter Kevin, was ich hier gebaut habe, das ist so hässlich. Das ist so hässlich, Mann, Kevin. In Gottes Willen, was ist das? Alter Schwede, ich habe so verloren. Egal, ähm, das ist auf jeden Fall noch eine Sache, die wir auf jeden Fall mal sagen müssen und das ist ein Pimmel. Ja, geil, da gebe ich mal Eisabreding für. Ähm, genau, dass auf jeden Fall YouTuber außerhalb von dieser Minecraft-Szene da mitmischen werden und mitmachen werden und, äh, genau das ist halt so ein Punkt, der mich, äh, einfach irgendwie total darauf hypt. Nebenbei habe ich meinen Bart wirklich echt gern geahnt. Kevin, mein Bart, er ist weg. Ach guck mal, hier hat einer so einen Teddybär gebaut. Ja, das hast du gebaut. Gebe ich ihm, Mann. Ist okay. Gebe ich ihm, Mann, Kevin. Ist ganz geil. Also, Freunde, ich hoffe, ihr könnt irgendwo... Nee, ich habe eine Kindermetzgerei gebaut. Ich hoffe, alles klar. Ich hoffe, ihr könnt irgendwo nachvollziehen, was wir gerade versuchen, diesem total verkrackten und verdunkten, Bartlosen Video hier euch zu erklären. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, wir möchten einfach, dass ihr wahnsinnig viel Spaß daran habt. Wir werden das Projekt komplett freigestalten können und, ähm, haben da teilweise Mods drin, die, glaube ich, äh, so noch gar nicht in Verwendung kamen und noch so gar nicht benutzt worden sind. Und haben, wie gesagt, eine komplett kastengenerierte Welt, ähm, die geiler aussieht als jede andere Minecraft-Welt, aber trotzdem den normalen Zweck einer Minecraft-Welt erfüllt. Warum ist ein Baumhast ein Spielzeug, mal Iserbleeding? Ähm, und das ist halt das Spannende daran. Das heißt, wir haben allein vom Look her schon mal was komplett Uniques geschaffen. Ähm, ich bin jetzt die Tage auch noch mit jemandem verabredet, der sich da mit dem Texture-Pack wahrscheinlich zusammensetzen wird und so. Und alles, in allem wird es auf jeden Fall eine richtig, richtig fette Sache mit, ähm, cineastischen Zwischenbildern und sowas und, ähm, ja, einer Storyline, die wir irgendwie gegeben bekommen, die wir uns aber auch selber stricken können. Und all das, das ist einfach eine Sache, wo wir einfach mega, äh, mega fett drüber, übertrieben Bock drauf haben und uns auch einfach freuen, dass wir da komplett frei sein können in der Gestaltung und euch da genauso mit einbeziehen können. Wir werden auch demnächst mal eine kleine Fragerunde über Twitter machen oder Modelleisenbar, da gebe ich mal, it's okay, es ist eigentlich ziemlich scheiße, bis jetzt bin ich echt noch am besten, glaube ich. Wir werden auf jeden Fall die Tage mal eine kleine, äh, Twitter-Fragerunde machen, Freunde, der liebe Kevin und ich. Da könnt ihr uns dann Fragen stellen unter dem Hashtag. Den Namen des Projektes werden wir vorher noch nicht mehr verkünden, denn dieser verrät schon einiges darüber, was passiert. Aber Kevin, wir haben noch einen Faktor Zeit. Erzähl mal, was haben wir da mit der Zeit? Was haben wir da gesagt? Wir wollen auf jeden Fall Zeitreisen machen. Richtig, genau, Freunde. Ihr habt's gehört, wir wollen in der Zeit hin und her reisen. Wir haben verschiedene Dimensionen, verschiedene, verschiedene, äh, ja, verschiedene Epochen quasi, die bereisen werden und verschiedene Leute, die uns da unterstützen. Wir haben NPCs, wir haben sogar teilweise Schauspieler, die uns da irgendwo mit ein bisschen unterstützen. Also ihr könnt, man kann irgendwie nicht richtig in Worte fassen, so, das finde ich amazing, das finde ich gut, da ist richtig viel dabei. Man kann irgendwie... Ist gut von dir. Ne, ist echt nicht von mir. Du meinst, das sieht viel beschissener aus. Man kann einfach so gar nicht... Man kann irgendwie so gar nicht in Worte fassen, wie das Ganze so, äh, ja, am Ende wird. Kurz, weil ich kann noch gar nicht genau sagen, weil das ist von mir. Das ist, ähm, ja, das ist, äh, peinlich, oder, Kevin? Komm, ich geb dir ein Wow, Everything is Awesome, aber dann musst du das bei mir auch gleich machen. Okay, super, alles klar. Okay, hier, guck, ich hab sogar dir wieder eine Scheibe in der Hand hinter dir. Siehst du das? Dass der Bär keinen Bart hat? Mein Bart. Alles klar. Man, die vermisst den so. Was ist das denn? Yo, ein Schwanz. Alles klar, mein Eis-Sableeding, Respekt auf jeden Fall dafür. Was haben die mit ihren Penis hier? Absolut keine Ahnung. Freunde, ich hoffe, ihr könnt irgendwo nachvollziehen, wo dieses ungeschnittene Video irgendwo hinreiten soll, ähm, und was es euch sagen soll. Wir möchten nicht einfach nur dafür übertrieben hypen und wollen, dass ihr richtig, richtig Bock darauf habt und das übertrieben mitfeiert. Ähm, und Kevin, das sind zerstückelte Menschen, WTF, my Eis are bleeding, Wow, Everything is Awesome. Sehr gut, Kevin. Dankeschön dafür, dass du wieder den kranken Piskopaten raushängen lassen hast. Hey, du darfst es nicht zu mir sagen. Die Zuschauer haben alle beim letzten Video gesagt, ich bin normal. Leute, lasst einfach einen Daumen hoch da, Freunde, wenn Kevin normal ist. Und, äh, auch einen Daumen hoch, wenn Kevin nicht normal ist. Also, einfach einen Daumen hoch lassen lassen. Kevin, generell, würdest du einen Daumen hoch da lassen? Ich würde auf jeden Fall einen da lassen. Dann habt ihr gehört, Leute. Ich finde, dass wir kranker hier Penis in Minecraft zu bauen. Ist halt einfach so, richtig ekelhaft. Das ist so richtig nach dem Motto, ich darf noch nicht mal ins Pornohefte gucken. Zurück zum eigentlichen, zurück zum eigentlichen, zurück zur eigentlichen Kernessenz und eigentlichen Kernaussagen des ganzen Videos, Freunde. Das, was wir da planen, ist einfach eine Sache, wo wir Herz und, äh, Blut reinstecken, wo wir auch Geld reininvestieren. Was? Hä? Wie konnte ich damit gewinnen? Alles klar. Ich hab sogar fast 100 Punkte, so kann ich war meinst gar nicht. Das ist mal wieder auf jeden Fall, spricht auf jeden Fall mal wieder für sich. Respekt dafür, dankeschön, ich hab gewonnen. Ja, cool, was ist das hier für eine Insel? Ich verstehe das nicht. Okay, Freunde, das war's auf jeden Fall von diesem Video. Ich hoffe, man konnte irgendwie nachvollziehen, was wir uns darunter vorstellen. Wir wollten jetzt auch nicht viel zu viel erzählen, weil wir einfach nicht viel zu viel leaken möchten. Ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt nochmal selber darunter ein bisschen was stricken in Gedanken, euch vorstellen und eurer kleinen Fantasie mal ein bisschen Freiraum gewalten lassen. Was da auf euch vorkommt, das wird auf jeden Fall echt cool. Der Zeitraum steht auch schon fest, den werden wir jetzt auch noch nicht anteasern. Wir werden jetzt Stück und Stück, äh, ein wenig, äh, mehr darüber erzählen. Die beiden Teaser, so wie der Trailer, kommen auch irgendwann noch online. Also, ein bisschen noch die Füße stillhalten, Freunde. Und, ähm, ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen für meinen verlorenen Bartbruder da. Er wird wiederkehren, Freunde, ich verspreche es euch. Und checkt auf jeden Fall den Gamers Time aus. Abonniert nicht zu Tode, bis er nicht mehr laufen kann. Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.